einen wunderschönen guten tag leute und vielen dank für die 206 abonnenten heute mal seht ihr gar nichts weil ich habe gerade schon ein facecam aufgenommen und ich sehe gerade extrem scheiße aus und beim reden sehe ich extrem unmotiviert aus deswegen vielen vielen dank für die 206 abonnenten und das lustige ist einfach ich habe die zahl vor fünf minuten bevor ich meinen geburtstag hatte bekommen auch wenn es die ganze kronen war trotzdem kurz am geburtstag 6 wird die 206 abonnenten erreichen ist schon geil vielen 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 dank und zum kleinen special wollte ich euch mal auffordern stellt mir eure fragen die ihr an mich habt zum beispiel keine ahnung was ich zum geburtstag gekommen habe was weiß ich stellt eure fragen und die kommentare habt noch einen schönen tag vielleicht streame ich nachher nochmal mal gucken wenn ich alles schaffe wie es so ist wenn ich schaffe dann streame ich gerne aber habt einen schönen tag bleibt gesund und ciao